Während sich die Kandidaten im Dschungelcamp vor Exoten wie der Riesendornschrecke ekeln, zeigen die Schülerinnen und Schüler der Modellschule Obersberg keine Berührungsängste vor den Tieren. Das Vivarium der Modellschule Obersberg beherbergt 18 verschiedene Tierarten. Zu ihnen gehören neben den Riesendornschrecken auch Bartagamen, Vogelspinnen, Schlangen und viele andere. Im Biologieunterricht kommen dann viele der Tiere zum Einsatz. Anders als bei den Kandidaten im Dschungelcamp werden den Schülern hierdurch dann auch die letzten Berührungsängste vor den fremdartigen Wesen genommen.